Ach ja, das deutsche Kino, man muss es einfach lieben oder man lässt es vielleicht auch einfach sein. Wir sind das Land der Dichter und Denker und trotzdem haben wir hier im Kino regelmäßig Filme, in denen dann ganz unverhohlen sowas hier gesagt wird. Manche würden sogar so weit gehen und sagen, das deutsche Kino ist scheiße. Die Frage ist aber, warum ist es denn eigentlich so? Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Dieses Video möchte ich daher ganz explizit nicht dafür nutzen, um auch nochmal drauf zu hauen, sondern eher zu fragen, was ist denn eigentlich los? Wie kann es sein, dass eine gesamte Industrie gefühlt nicht mehr auf eigenen Beinen stehen kann? Wie kann es sein, dass der deutsche Film im eigenen Land und im Ausland nicht den Stand hat, den er eigentlich haben müsste und den er vor allen Dingen mal hatte? Das alles versuche ich jetzt zu klären in diesem Video. Dass der deutsche Film nur scheiße ist, kann schon allein deshalb nicht stimmen, weil wir als Filmnation eine ganz schön bewegte Geschichte hinter uns haben. Damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, wirkte Deutschland so ein bisschen wie das, was Hollywood heute ist. Wir waren in einer Nation, die wahnsinnig viel produziert hat und in dieser Zeit sind viele Filme entstanden, die bis heute noch Rang und Namen haben. Das Kabinett des Dr. Caligari zum Beispiel ist ein Film, der den Horrorfilm immens prägte und spätere Regisseure beeinflusste, die beim Stil genau hingeguckt haben. Tim Burton zum Beispiel. Gemeinsam mit Filmen wie Der Golem oder Nosferatu haben sie eine ganze Riege von expressionistischen Filmen geprägt. Und es gibt legendäre Meisterwerke eines ganzen Genres. Metropolis zum Beispiel gilt als einer der wichtigsten Science-Fiction-Filme überhaupt und als einer der wichtigsten deutschen Filme. Das änderte sich dann aber spätestens ab 1933. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden dann Filme wie Dr. Caligari zum Beispiel als entartete Kunst verboten. Kreative wurden verfolgt oder ermordet. Und viele von ihnen sind dann einfach geflüchtet. Zu den bekannteren Namen gehören so Leute wie Billy Wilder, der in Amerika später eine gigantische Karriere hingelegt hat. Oder Marlene Dietrich, die dort nochmal so eine zweite Karriere haben durfte. Als die 50er und 60er Jahre kamen und der Krieg zu Ende war, hatte man das Gefühl, dass das deutsche Volk einfach nur vergessen möchte. Und deswegen haben die Filmemacher gesagt, wir bieten euch dann einfach Material, beschwingtes, befreites Zeug, was sich einfach so weggucken lässt. So ein bisschen das, was heutzutage auf Netflix läuft. Und das nannte man die Heimatfilme. Die prägten die 50er und 60er Jahre. Die Leute wollten sein Seichtes, sie bekamen Seichtes. Als er kam, war er ein Fremde. Das war die Zeit von Leuten wie Freddie Quinn oder Heinz Rühmann. Heinche hatte seinen eigenen Film mit einem eigenen Song. Filme wie Das Wirtshaus im Spessart gehörten zu den erfolgreichsten Filmen, sogar bis heute noch, des gesamten deutschen Kinos. Irgendwann, genauer gesagt in den 70ern, bemerkten die deutschen Filmemacher dann, Moment mal, wir können durch ganz billige Sets einfach ein paar Nackedeis durchjagen und die Leute rasten förmlich aus. Und das nennen wir dann irgendwas, so was wie Report, um das Ganze als Aufklärungsfilm zu vertuschen. Aber im Grunde geht es hier natürlich um nichts anderes als Busengrapscherei. Sehen Sie den Schulmädchenreport über die Mädchen von 14, 15, 16. In dieser Zeit sind ein paar der größten Hits des deutschen Kinos entstanden. Der legendäre Schulmädchenreport hat 1970 sechs Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt und insgesamt dann zwölf Fortsetzungen hervorgebracht. Nur in der eigenen Reihe. Es gab aber noch wahnsinnig viele Ableger. Es gab den Hausfrauenreport, den Lehrmädchenreport, den Krankenschwesterreport, den Bademeisterreport, den Schlüssellochreport und besonders geschmackvoll der Witwenreport. Auf dieser Seite kann man mal sehr schön alle Ableger dieser Reihe sehen. Die Liste ist gefühlt endlos. Es wurde allerdings nicht nur Schund in den 70ern produziert, denn in dieser Zeit tat sich auch das deutsche Autorenkino, das neue deutsche Kino hervor, wo dann Namen wie Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog oder Volker Schlöndorf zum Beispiel, ein paar der wichtigsten deutschen Werke produzierten. Aber man merkte so, wenn man ins Kino geguckt hat, das deutsche Volk will auf jeden Fall seichte Unterhaltung und es will Komödien. Was zum Beispiel sehr häufig Erfolg hatte, war, wenn Comedians ins Kino gelockt wurden. Da hatte Deutschland im Grunde ein amerikanisches Patent aufgegriffen. Wenn da Comedians zum Beispiel bei Saturday Night Live zu Stars wurden, dann sind die hinterher auch ins Kino gehievt worden. Und nachdem das in Deutschland so ein bisschen funktioniert hatte mit zum Beispiel Otto oder es gab mal eine Zeit, in der Thomas Gottschalk als einer der witzigsten Menschen Deutschlands galt. Mit Filmen wie Die Supernasen zum Beispiel. Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen. Wir beide steigen an der nächsten Station aus. Während die Amerikaner ihren Comedians aber wirklich gute Filme gegeben haben und dann hinterher Sachen wie Wayne's World oder Beverly Hills Cop rausgekommen sind, haben wir hier so Sachen wie Agent Ranjit, Rettet die Welt, der Ausbilder Schmidt-Film oder aber auch Ballermann 6. Und irgendwie hat sich in dieser Zeit ein Bild entwickelt von Deutschland, dass wir als Kinogänger in unserem eigenen Kino nicht viel zu erwarten haben. Die Komödien sind gefühlt immer gleich, sind vielleicht sogar auch ziemlich unwitzig. Die anderen Geschichten werden auch immer aus dem selben Topf bedient. Und deswegen gehen wir Deutschen auch tatsächlich sehr ungern ins Kino. Im direkten Vergleich mit zum Beispiel den europäischen Nachbarn in Frankreich. Der gesamte Marktanteil des deutschen Kinos liegt ohnehin nur bei gerade mal 20 Prozent. Sprich, wir Deutschen gehen einfach nicht gerne in unsere eigenen Filme. Und ich habe mich gefragt, warum ist das denn eigentlich so? Dafür habe ich mal drei Kritikpunkte zusammengefasst. Der erste große Kritikpunkt ist für mich einer, der setzt sich aus mehreren inhaltlichen Punkten zusammen. Typische Kritik, die man gerne mal hört, ist, der deutsche Film ist wahnsinnig spröde. Für mich persönlich kommt dann auch dazu, dass die Kluft zwischen guten Schauspielern und sehr vielen, sehr mittelmäßigen Darstellern ziemlich groß ist. Und eine Sache, die ich schon angesprochen habe, man hat das Gefühl, immer dasselbe im deutschen Kino zu sehen. Und das hat natürlich auch eine historische Bedeutung. Man kann nämlich klar sehen, wenn im Kino mal eine Sache richtig gut funktioniert hat, dann wurde sie in Deutschland immer wieder gemacht. Dass wir zum Beispiel jahrzehntelang immer wieder Komödien bekommen haben, in denen das Wort Mann oder Frau oder beides drin vorkommt, hat natürlich auch damit zu tun, dass in den 80er Jahren mit Männern einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten gekommen ist. Und später in den 90ern haben sie das dann mit Der bewegte Mann nochmal wiederholt und naja, dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Mann-Filme da plötzlich kommen. Für mich gibt es ein ganz großes Problem und es ist eines, das im Grunde dazu führt, dass das deutsche Kino sich so gleich anfühlt, weil wir nämlich eigentlich auch gar keine große Bandbreite an Geschichten haben, die wir erzählen. Tatsächlich fehlen ganz viele Stoffe im deutschen Kino. Wir kennen nämlich im Grunde kein Genre. Ja, also klassische Genres wie Action, Horror, Thriller, Fantasy, Science Fiction, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Das gibt es alles im deutschen Kino überhaupt nicht. Und wenn dann nur, wenn du ins kleine Indie- oder sogar Amateur-Kino guckst, ab und zu verirrt sich dann auch mal so ein Genre-Film rein. Und Chantal im Märchenland ist ja jetzt im Grunde auch ein bisschen ein Fantasy-Film, aber das ist so selten. Pro Jahr kann man da maximal mit einem dieser Filme rechnen, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich da immer ganz konkret, warum? Die Nachbarn können es doch auch. In den letzten zwei, drei Jahren kam aus den direkten Nachbarländern, aus Italien zum Beispiel, ein großartiger Fantasy-Film mit Freaks Out. In Frankreich haben sie Erwachsenen-Animationen mit Mars Express gemacht. Die Spanier haben mit Robot Dreams einen anderen Animationsfilm gezeichnet, der jetzt gerade sogar bei den Oscars nominiert gewesen ist. Nur aus Frankreich kam letztes Jahr ein Film mit Riesenspinnen. Es gab einen harten Action-Film. Es gab einen klassischen Abenteuer-Film und ein bedrückendes Kriegs-Drama. Alles hochwertig auf internationalem Format gedreht. Und ich denke mir immer, es geht doch irgendwie. Was machen die so anders? Da sind jetzt natürlich keine weltumspannenden Mega-Hits, die jeder von euch kennt. Aber das ist auch nicht die Sache. Die Sache ist, dass sie hierzulande eben gar nicht erst produziert werden. Der zweite Punkt ist für mich eher ein ideeller. Denn ich finde, das Image des deutschen Films und des deutschen Stars vor allen Dingen existiert im Grunde gar nicht wirklich. Ja, die Star-Kultur, die zum Beispiel andere große Film-Nationen wie Japan, China, Indien zum Beispiel haben, die USA natürlich auch, die gibt es hierzulande gefühlt nicht. Das ist immer so ein bisschen die Frage, liegt es daran, dass wir deutsch sind und haben wir Deutschen vielleicht immer so ein bisschen ein Problem damit, stolz auf uns selbst zu sein? Als Bong Joon-Ho den Oscar für Parasite gewonnen hat, ist er hinterher nach Südkorea gegangen und wurde da als Held gefeiert von allen. Und jetzt einfach nur mal als kleiner Test nebenbei könnt ihr mir ganz schnell aus dem Kopf sagen, wer der Regisseur oder der Hauptdarsteller von im Westen nichts Neues ist. Immerhin der deutsche Oscar-Gewinner des letzten Jahres. Für diejenigen, die es gewusst haben, Gratulation. Ich bin mir aber fast sicher, dass da nicht so viele dabei sein dürften. Wenn so eine ganze Industrie auf systemischer Ebene schwächelt, dann wird man sich wahrscheinlich auch schwer damit tun, große Talente hervorzubringen. Und selbst wenn es die dann mal gibt, dann gehen die lieber weg. Wir haben neulich zum Beispiel an einem Roundtable zusammengesessen mit Hans Zimmer, dem legendären Komponisten. Und da kam die Frage auf, warum er eigentlich nicht in Deutschland geblieben ist. Und er hat etwas ganz Interessantes gesagt. In Deutschland bleiben wollte ich ganz bestimmt nicht. Wieso nicht in Deutschland bleiben? Wegen Möglichkeiten? Es gab keine Möglichkeiten. Und genau das ist das Ding. Wenn wir in Deutschland jemanden haben, der sich besonders auszeichnet, dann geht der halt lieber weg, weil die Anreize der eigenen Industrie ihn nicht wirklich halten können. Wenn man hier in Deutschland auf internationalem Niveau produzieren möchte, dann kann man sich das eigentlich in der Regel abschminken. Es sei denn, es tun sich seltene Ausnahmen auf. Im Westen nichts Neues ist so ein freudiges Beispiel. Aber erstens steckt da durch die Netflix-Kohle auch nochmal ein anderes Budget dahinter. Und dann ist es ja auch nicht wirklich eine rein deutsche Produktion gewesen. Ist in dem Fall ein Grenzwert. Aber ja, wie viele Filme in dieser Größenordnung gibt es? Und da kann ich dann Regisseure wie Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich sehr gut verstehen, die dann irgendwann gesagt haben, ich will mehr. Und ich gehe dann einfach dahin, wo ich dieses mehr auch bekommen kann. Und Deutschland zählt da offenbar nicht dazu. Aber warum eigentlich? Ja, das ist der Punkt. Da haben wahrscheinlich viele von euch drauf gewartet, weil ich glaube, die Filmförderung gilt mittlerweile als das große Übel, das den deutschen Film knechtet. Und weil da einzelne Leute sitzen, die uns alles vorbestimmen, müssen wir diesen ganzen Mist ertragen. Aha, so ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Aber mal von Anfang an. Die deutsche Filmförderung, die gibt es schon seit den 50er Jahren. Damals war eigentlich das Ziel dieser Filmförderung, dass man Deutschland als Filmstandort stärkt und dass man vor allen Dingen den vielen Produktionen aus den USA etwas entgegenzusetzen hat. Und bis heute hat sich das gehalten. Im Jahr werden von den unterschiedlichen Förderanstalten so zwischen 200 bis 400 Millionen Euro ausgegeben an unterschiedlichste Projekte verteilt. Aber wo kriegen die denn ihr Geld her? Fragt ihr. Naja, das ist einfach. Natürlich zum Teil aus Steuergeldern, zumindest bei den Förderanstalten auf Länderebene. Und auf Bundesebene wird das durch die sogenannte Filmabgabe geregelt. Da werden drei Prozent von jedem verkauften Ticket an die Förderanstalt zurückgegeben. Und warum braucht man eigentlich Filmförderung in Deutschland? Ja, da wird es leider kritisch. Bei all den Dingen, die ich gleich über die Filmförderung sagen werde, muss man hier an diesem Punkt feststellen, ohne sie geht es sehr wahrscheinlich gar nicht. Wir haben nämlich in Deutschland nicht dieses Studiosystem, was zum Beispiel die USA haben. Da gibt es ja sowas wie Paramount, Universal, Disney. Meistens stehen dahinter noch andere große Unterhaltungskonglomerate, die dann eben das nötige Geld haben. Auch für den Fall eines Misserfolges. In Deutschland könnte ein Misserfolg dafür sorgen, dass das ganze Leben zerstört werden. Glaubt ihr nicht? Wir haben dazu mal tatsächlich neulich jemanden befragt. Mein Kollege Robert und ich, wir haben ja in den eigenen Podcast zwei wie Pech und Schwafel. Und da haben wir immer mal wieder Gäste. Und wir hatten unter anderem den Produzenten von Sonne und Beton, der besten deutschen Filme des letzten Jahres und einem der erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahres, bei uns zu Gast. Und der hat ein paar interessante Dinge erzählt. Unter anderem, warum Filmförderung überhaupt notwendig ist. Also man verdient pro Kinokarte, kriegt der Verleih ungefähr 3,70 Euro. Bei einer Million Zuschauers 3,75 Millionen Erlöse. Wenn der Film fünf Millionen gekostet hat und man vielleicht auch noch ein, zwei Millionen ins Marketing gesteckt hat, was bei diesen Filmen so üblich ist, bleibt da erstmal nichts übrig. Und erst bei der Auswertungskette hinten dran, kommt man dann so langsam mal in die Erlöse. Mit Auswertungskette meinen wir übrigens, dass hinterher, nachdem der Film aus den Kinos raus ist, ja noch Geld damit gemacht wird. Zum Beispiel mit den Verkäufen von Blu-Ray oder DVD. Das Ganze wird an die Fernsehsender verkauft, an die Streamer. Da kommt also nochmal ein guter Betrag zusammen, wenn das ein erfolgreicher Film ist. Und wenn es kein erfolgreicher Film ist, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und das kann dann tatsächlich Existenzen bedrohen. Kommt man überhaupt noch ins Grüne da? Ich war bei 25 Filmen beteiligt und von diesen 25 Filmen haben vier Erlöse gemacht. Und damit stehe ich sehr gut da noch, muss man sagen. Und das ist der Grund, warum es überhaupt Filmförderung gibt. Und die wird ja viel kritisiert, aber man muss mal dazu sagen, wenn es die nicht gäbe, gäbe es im Zweifel gar keinen deutschen Film. Ohne die insgesamt drei Millionen Euro, wie sich Sonne und Beton über die verschiedenen Förderanstalten zusammenklauben musste, wäre dieser Film wahrscheinlich gar nicht entstanden. Film ist in Deutschland ein Risikogeschäft, wo dann selbst solche großen geförderten Filme noch in Geldprobleme geraten. Fabian Gassmann hat uns zum Beispiel erzählt, dass es am Set trotzdem noch an allen Ecken und Enden fehlt und am Ende war nicht mal das Geld für die Filmmusik da. Aber wenn die Filmförderung in Deutschland geradezu unumgänglich ist, warum wird sie denn da eigentlich so häufig kritisiert? Dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Kritikpunkten. Der erste ist zum Beispiel der Bürokratiewahnsinn, der da entsteht. Um überhaupt einen Film fördern zu lassen, muss man den nämlich bei einer Förderanstalt einreichen. Das wird dann durch unterschiedlichste Gremien und Juries durchgereicht und kann dann bis zu sechs Jahre dauern, bis so ein Film durchgelassen wird oder auch abgelehnt wird. Das hat auch damit zu tun, dass es einfach wahnsinnig viele Förderanstalten gibt. Es gibt zwei große auf Bundesebene, die FFA und die BKM. Aber für die Länder sind dann nochmal eigene Förderanstalten zuständig. Es gibt in nahezu allen anderen Bundesländern jeweils eine Medienförderung. Und dann fördern zum Teil auch noch die öffentlich-rechtlichen Fernseher. Und das führt dann aber letzten Endes zu dem absurden Schauspiel, dass einige Filmemacher mit ihren Filmen regelrecht durch die verschiedenen Bundesländer tingeln, zu den Anstalten gehen, da dann möglicherweise eine Zusage bekommen und ihre Filme dann zwangsweise dort drehen müssen. Das ist nämlich eine Maßgabe der Filmförderung. Wer gefördert wird, muss dieses Geld dann auch wieder in dem Bundesland ausgeben, wo er die Förderung erhalten hat. Wenn man es denn dann mal geschafft hat, dann gerät man eben leider an eine weitere Wand. Und das sind diese Gremien oder zum Teil auch Einzelpersonen. Im Falle einiger Förderanstalten entscheiden dann am Ende Redakteure oder Beamte, die wahrscheinlich noch nie vorher einen Film gemacht haben, ob eine Idee durchgewunken wird. Und das hat auch sehr viel mit eigenen Geschmäckern zu tun. Und das führt dann zu dem Beispiel von Kirsten Niehus. Sie ist die Intendantin des Medienbords Berlin-Brandenburg. Und Jan Böhmermann hat in seiner Sendung, als er über Filmförderung gesprochen hat, auch über Sie mal etwas gesagt, was sehr treffend ist. Seit 17 Jahren muss Deutschland den persönlichen Filmgeschmack von Kirsten Niehus ertragen, einer Juristin aus Hamburg. Das ist natürlich ein Problem, wenn eine Person über Jahrzehnte entscheidet, was in der Medienwelt passieren darf und was nicht. Auch Fabian Gassner hat uns im Podcast erzählt, dass sie auf der Suche nach Geldgebern für Sonne und Beton in einige interessante Gespräche hineingeraten sind. Damit bin ich dann zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen gegangen, habe gesagt, ich habe hier dieses Drehbuch und wollte relativ wenig Geld dafür haben von denen. Und habe dann wirklich die Antwort bekommen, wir haben schon mal was mit Jugendlichen gemacht vor einigen Jahren. Das ist wirklich ein Zitat. Wir haben schon mal was mit Jugendlichen gemacht und das hat nicht so gut funktioniert. Und was man auch deutlich dabei merkt, ist, dass hinter diesen Entscheidungen nicht nur persönliche Geschmäcker liegen, sondern häufig auch wirtschaftliche Interessen. Und wenn ich häufig sage, dann meine ich sogar eher meistens. Es gibt zum Beispiel in Deutschland die Referenzförderung, die besagt, dass jemand, der bereits ein erfolgreiches Werk vorgelegt hat, automatisch gefördert wird beim nächsten Projekt. Das heißt im Grunde übersetzt, dass jemand, der Fakio Goethe 1 ins Kino gebracht hat und damit wahnsinnig Erfolg hatte, auf jeden Fall auch Geld für Fakio Goethe 2 und 3 bekommen wird. Und genau das ist passiert. Und das passiert immer wieder in Deutschland. Letztes Jahr zum Beispiel bei Manta Manta 2. Super erfolgreich in Deutschland sind zum Beispiel die Eberhofer-Krimis oder die Schule der magischen Tiere. Das sind Filme, die immer wieder ein Millionenpublikum ins Kino locken und trotzdem Fördergelder bekommen. Nun muss man vielleicht eine Sache noch dazu wissen. Fördergelder sind bedingt zurückzahlbare Darlehen. Das heißt, der Staat gibt euch nicht einfach irgendein Fördergeld und ihr macht dann damit, was ihr wollt, sondern es wird in der Regel so eine Geldsumme oder eine Zuschauerzahl vereinbart. Und wenn die hinterher überschritten wird, also wenn es ein Kassenerfolg wird, dann muss man dieses Darlehen wieder zurückzahlen. Und dementsprechend sind die Förderanstalten natürlich sehr daran interessiert, dass ein Film auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Aber jetzt nochmal eine kleine Quizfrage für zwischendurch. Was haben die internationalen Mega-Blockbuster Aquaman 2, Shazam 2, Eternals oder Uncharted gemeinsam? Ja genau, sie sind alle von der deutschen Filmförderung gefördert worden. Versteht ihr nicht? Erkläre ich euch. Nehmen wir als Beispiel mal den Uncharted-Film. Als ich den geguckt habe, war ich am Anfang so ein bisschen irritiert. Da wird mir nämlich mit Texttafel eingeblendet, dass man sich gerade in New York befindet. Und ich dachte aber so, als ich den guckte, Moment mal, die Straße kenne ich doch. Als alter Berliner fällt mir natürlich sofort auf, das ist die Oranienstraße. Und die Bar, in der Nathan Drake da angeblich in Boston arbeitet, die steht auch auf der Oranienstraße. Das ist die Lucia-Bar, in die ich früher immer sehr gerne reingegangen bin. Und ich dachte erst, naja, da wird dann wahrscheinlich später im Film irgendeine Szene in Berlin spielen. Und die haben das jetzt dann schon mal einfach mitgedreht, weil es einfacher in der Produktion war. Aber nein, es gibt tatsächlich nicht eine einzige Szene in Uncharted, die in Berlin spielt. Und da dämmerte es mir. Die haben diese Szenen in Deutschland gedreht, um Filmförderung zu bekommen. Und das haben sie dann tatsächlich auch bekommen. Die haben eine Fördersumme von 750.000 Euro bekommen. Unter anderem aus deutschen Steuergeldern. Und das wurde tatsächlich auch in der deutschen Filmindustrie immer wieder auch mit kritischen Stimmen bedacht. Weil es natürlich seltsam wirkt, wenn Filme gefördert werden, die gar keine deutschen Produktionen sind. Und dabei sind es Filme gewesen wie der letzte Hunger Games-Film. Grand Budapest Hotel hat damals fast eine Million Euro Fördergeld bekommen. Man kann es tatsächlich komplett auf die Spitze treiben. Filme können auch im Ausland komplett produziert werden. Wenn dann aber ein Teil der Postproduktion in Deutschland stattfindet, dann wird auch das gefördert. Auch kommende Filme wie The Crow oder letztes Jahr Shazam 2 oder Mag 2, was eigentlich eine chinesische Produktion ist, werden mit deutschem Geld gefördert. Was ich ganz ehrlich nicht verstehe ist, ist die deutsche Filmförderung denn jetzt eine Kultur- und Kunstförderung? Oder ist sie doch eigentlich nur eine versteckte Wirtschaftsförderung? Im Grunde ist es natürlich super, wenn die Förderung unserer Kultur gleichzeitig auch das Wirtschaftswachstum unseres Staates wachsen lässt. Aber tut es das denn wirklich? Für mich wirkt es ehrlich gesagt ziemlich kurzsichtig, weil es sich anfühlt, als würde man eine schnelle Mark mit diesen einzelnen Großproduktionen machen wollen, die sich irgendwie dann versuchen, wirtschaftlich zu rechnen. Und weil man den Produktionsstandort Deutschland attraktiver für das Ausland machen will. Aber wie hilft das jetzt eigentlich deutschen Filmemachern und dem deutschen Kino? Wäre es nicht viel besser, eine gesunde Filmwirtschaft zu formen? Oder ein sicheres Umfeld für Kreative und Filmemacher zu schaffen? Oder dass man versucht, das Image des deutschen Filmes im Ausland oder eben gerade auch im eigenen Land, wo es ja auch ganz besonders hapert, wieder zu stärken? Diese Frage stellen sich die Industrie und die Regierung mittlerweile zumindest immerhin selbst. Denn nachdem da jahrelang gar nichts passiert ist, hat man offenbar jetzt begriffen, so wie es jetzt läuft, kann es auf keinen Fall weitergehen. Kirsten Niehus, ihr erinnert euch, die Frau, die beim Medienbord Berlin-Brandenburg alles entscheiden kann, die klärte in einem Interview mit dem RBB24-Inforadio neulich darüber auf, wie denn gerade der Stand des deutschen Kinos ist. Die Filmförderung braucht dringend ein Anreizmodell, zum Beispiel ein steuerliches, um mit Ländern wie Ungarn und Tschechien zu konkurrieren. Denn es gehen mittlerweile sehr viele Filme mit ihren Dreharbeiten nach Budapest und Prag, weil es dort Förderung gibt, auch für deutsche Filme oder amerikanische Filme, wenn dort gedreht wird. Deshalb ist zum Beispiel auch der Oscar-Gewinner im Westen nichts Neues maßgeblich in Prag entstanden. Und als ich das eben gehört habe, war ich ehrlich gesagt extrem schockiert, weil ich mich wirklich frage, wie es so weit kommen konnte, dass Deutschland als Produktionsstandort so unattraktiv geworden ist, dass selbst die eigenen heimischen Produktionen ins Ausland gehen. Und genau deshalb soll sich jetzt endlich etwas tun. Die lange besprochene Reform der Filmförderung soll endlich kommen. 2025 ist es wohl soweit. Claudia Roth, die Ministerin für Kultur, hat einen Entwurf vorgestellt. Aktuell verhandelt man wohl noch mit den Ländern, aber man hat konkrete Verbesserungsvorschläge. Erstens, die Filmförderung soll zentralisiert werden. Das heißt, es gibt nicht mehr diese vielen kleinen Entscheider und diese Juryentscheidungen, sondern damit sollen dann Prozesse endlich mal beschleunigt werden, sodass bei der Auswahl von Filmen und anderen Projekten nicht mehr Jahre vergehen müssen. Zweitens, man möchte groß angelegte Steuervorteile einführen, die vor allen Dingen internationale Produktionen andocken sollen. Auf die Steuervorteile angesprochen, sagte Kirsten Niehus in diesem Interview übrigens auch nochmal was. Das klang wieder leider gar nicht so geil. Die Plänen von Claudia Roth beziehen sich natürlich erstmal auf die Bundesfilmförderung. Das muss man vielleicht ein bisschen trennen. Es gibt die Bundesfilmförderung und es gibt die regionale Filmförderung, wie zum Beispiel das Medienboard Berlin-Brandenburg. Ja, dann wird es also doch nicht zentralisiert oder was. Ich verstehe es schon wieder gar nicht. Und es klingt ehrlich gesagt nicht nach etwas, das die große Wende bringen könnte. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, letzten Endes wird es dann doch wieder nur um wirtschaftliche Erfolge geben. Zumindest aus der Industrie hört man sehr viele positive Worte dazu. Vielleicht bringt es ja tatsächlich was. So, das waren jetzt viele Punkte, bei denen es vielleicht für euch auf den ersten Blick keine klare Verbindung gegeben hat. Aber das spricht für mich sehr deutlich für das, was das Problem des deutschen Kinos ist. Das System deutscher Film ist so aufgebaut, dass es ohne die Filmförderung im Grunde gar keinen deutschen Film geben kann, weil das Ganze viel zu risikoreich wäre. Dadurch bekommen aber Ämter wie die Förderanstalten ein für meine Begriffe eher unangemessenes Mitspracherecht, wo es doch eigentlich um Kunst und Kultur gehen soll. Und da sitzen dann Leute, die Jahrzehnte in einer Position verharren und am Ende auf Basis von wirtschaftlichen Interessen, eigenem Geschmack und deutschen Gewohnheiten entscheiden, was wir im Kino zu sehen bekommen. Zu den typischen kritischen Stimmen zählen sich immer wieder dieselben Dinge. Der deutsche Film wirkt immer gleich. Er wirkt im internationalen Vergleich eher billig. Wir erzählen immer die gleichen Geschichten. Abseits dessen gibt es kein Genre, kein Horror, kein Science-Fiction, kein Fantasy. Jetzt am Ende meiner Recherche muss ich fast sagen, ja wie denn auch? Wenn in Deutschland im Grunde kein Film etwas kosten kann, weil man im Grunde ab Werk unprofitabel ist, ja gut, dann hätte ich als Filmemacher auch keine Lust in Deutschland zu produzieren. Spätestens mit dem Tod von Bernd Eichinger haben wir eine der letzten großen Figuren in Deutschland verloren, die noch was wollten. Die den deutschen Standort dadurch nach vorne bringen wollten, indem sie auf internationalem Niveau produziert haben. Diese Zeiten sind aber irgendwie vorbei. Woran das liegt, das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil es so mannigfaltige Gründe gibt. Wahrscheinlich fallen euch auch nochmal einige ein. Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Hier gucken ja auch immer wieder Leute aus der Industrie zu, die wahrscheinlich nochmal ihre eigenen Geschichten haben. Ich finde aber, und das muss ich auch noch dazu sagen, es gibt noch zwei Gründe, die ich noch nicht genannt habe, warum der deutsche Film auch nicht so gut dasteht. Und da zählen unter anderem die Kritiker dazu, wie zum Beispiel auch ich. Wenn man den deutschen Film immer wieder tot redet, ja dann setzt sich das wahrscheinlich auch irgendwann in den Köpfen der Leute fest. Deswegen möchte ich in Zukunft hier so ein bisschen versuchen darauf zu verzichten, zumindest die deutschen Filme immer tot zu reden. Das heißt, ich werde diese Filme trotzdem kritisieren, aber ich verlasse diese größere Narrative weg. Und das andere Problem, das seid ihr. Ihr als Zuschauer habt die Macht, denn geht einfach nicht in deutsche Müllfilme. Wenn sowas nicht geguckt wird, dann machen die das nicht mehr. Dafür ist die deutsche Filmeindustrie eben auch viel zu profitorientiert. Aber dann guckt man sich die Zahlen von Chantal im Märchenland an, die dieses Wochenende fast eine Million Zuschauer gemacht haben und denkt sich, vielleicht kriegen wir auch einfach, was wir verdient haben. So, damit soll dieses Video zu Ende sein. Danke, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Das war ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen mit Kong vs. Godzilla, der Filmkritik, wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.